Das neue Pokémon Go Set auf Deutsch, die Elite Trainerbox, Top Trainerbox, mit Mewtwo vorne drauf, werden wir jetzt gemeinsam öffnen. Und zwar sieht es so aus, aber das sieht ziemlich gut aus, guck mal. So, das ist die Setlist, also da haben wir den süßesten aus dem Set natürlich hier, unser Bisasam, Bisa Knoss, Bisa Flor und dann haben wir dieses wunder, wunder, wunderschöne, strahlende Bisa Flor. Ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen, was so eure Chase Karten sind aus dem Set. Glurak haben wir auch normal da, strahlendes Glurak. Ich finde dieses Lavados auch so ultra schön gezeichnet. Wir haben dann Shiggy noch hier dabei und dann haben wir hier Turtok, da schillernde Turtok, die glänzen dann halt so. Da haben wir einmal Carpador, Garados und so, ne, das Pikachu ist auch mega geil, zwei tatsächlich. Und dann haben wir hier die ersten Hits. Dann haben wir da oben Sato, was auch ein ultra schönes Artwork hat. Ja, haben wir den zweiten Hit und dann haben wir hier das Portal, Leute. Dieses Melmetal Dragoran, da finde ich dieses Artwork sehr nice, das da links. Und ja. Rechts haben wir Leta King. Jetzt macht euch gefasst. Also da oben rechts, Mewtwo Alternativ Artwork. Wie heißt der nochmal? Meistergriff Alternativ Artwork. Das Dragoran ist ultra schön. Dann haben wir Mewtwo Vista, Melmetal Vista. Und dann die Gold- und Rainbow-Karten. Leckt das jetzt sogar so drauf, sehr nice. Ich habe euch was vergessen zu zeigen. Das ist mit einer der schönsten Karten hier. Also. Und zwar kommt damit eine Promokarte, Leute. Guckt euch diese Promokarte hier an. Diese Promokarte ist einfach in der Elite-Trainerbox mit dabei. Funky, are you ready? I am... Boah, die Booster fühlen sich richtig gut an, Chad. Was sagt ihr? Es ist ein Hit. First Pack Magic. Den Code gebe ich euch diesmal natürlich auch. Eins, zwei, drei, vier. Yo, die Kartenqualität. Also anfühlen tun sie sich auf jeden Fall sehr gut. Wir haben hier eine Pflanzenenergie. Ein Stahlos. Ein Schillock. Jetzt habe ich eine Entwicklungsreihe. Super, die tue ich mal weg. Lunarstein. Alola Ratzfratz. Ein Bidiza. Ja, Glumanda haben wir auch. Wunderbar. Den wichtigen... Ah, let's go! We have him! Wir haben alle drei Kanto-Starter im ersten Pack gezogen. Pokestop. Und die Rare ist ein Lover-Doss. Noch nicht spoilern lassen. Dann wollen wir doch mal. Let's go. Einmal den Code. Und dann den Kartentrick. Ein, zwei, drei, vier. Ich bin gespannt, was unser erster Hit sein wird. Bin echt gespannt. Und wenn ihr mehr Opening sehen wollt, Leute, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. Einfach auf YouTube mal Winiday eingeben und da haben wir Visa Knosp. Let's go! Let's go! Die Starter. Oh, das süße Schicki! Oh mein Gott, was ein Glatzkopf, Alter! Was ein Glatzkopf. Sehr schön. Bidifas. Alola Ratzfratz. Schade. Wir hätten keine Doppelten haben. Come up! Alola Radikal ist schön. Und die Reverse ist stark. Oh, Leute, seht ihr das? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass ich diesen hässlichen Typen ziehe. Oh ja, die fühlen sich echt super an. Fühlen sich super an, die Packs. So. Und dann von meiner Seite aus, Kurs geht raus. Aktiviert die Glocke. Eins, zwei, drei. Mal wegwerfen. Das ist die Vista. Vista Card. Dann haben wir einmal eine Eibrotmaschine. Ein Sonnenfell. Super, den haben wir auch noch nicht für unser Set. Lockenmodul haben wir auch noch nicht. Super. Alola Radikal haben wir jetzt doppelt. Navitaub. Ist klar. Lavitaub. Oh mein Gott, ist der süß, Alter. Sehr süß. Natu. Ambidivel. Okay, sehr schön. Lavados Reverse. Müß. Okay. Und die Rare. Ich mach Augen zu. Und ihr sagt mir, schreibt es in den Kommentaren, ja? Oh. Okay. Dragoran. Leute. Bekommen wir unser erstes Shiny Pokémon, ist die Frage. Die sind echt. Also von der Qualität von dem deutschen Set kann ich echt sagen, die Karten, die ich zumindest sind echt super eine qualität her 1 2 3 4 okay zack rüber wasserenergie ein pokestop wieder ob es kammer ob tambo auch noch nicht sehr schön dusselgur ach du scheiße alle ach du scheiße haben wir irgendwelche dusselgur fans rattenvogel meltern haben wir auch schön das set evoli davon bin ich auch ein fan guckt euch mal dieses artwork an es gibt hier noch dieses diese promo karte von evoli pikachu sehr schön es gibt hier noch evoli als shiny ne fast noch okay braucht man fürs set und die ist ein relax alle kummer hier außer nichts kochen kann ich komme ja euer pack jetzt hier 1234 aber hier zum beispiel seht ihr das das könnt ihr nicht so gut sehen doch da liegt jetzt sehr sehr passen hat okay wir haben eine finsternis energie spark haben wir jetzt auch sehr schön ariados haben wir auch noch nicht sehr schön stahl aus haben wir bereits jahre we go bidiza und lumander sehr schön sehr schön uns fehlen noch die zweite entwicklung von den staaten tatsächlich nicht mehr eingefallen da haben wir wieder den süßen 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 wo's denn dann auch noch strahlendes visa floor so muss das und gar das holo gespannt kann man bei dir mussten scheinbar dabei ist so einmal den code 1234 und drehen den lachs um meine kampfenergie charlera wunderbar die haben auch noch nicht sonnenfall haben wir jetzt ariados auch noch karten die ich nicht doppelt habe aber ich weiß ehrlich gesagt nicht welche mir noch fehlen pupita fehlt mir noch sato finden auch zum beispiel noch wie der fleckmann haben wir jetzt auch sehr heiß für auch geiles artwork dieser knosp reverse und die wer ist ein kluch und wie gesagt wenn ihr mehr opening sehen wollt definitiv unseren kanal auf youtube abchecken falsch da haben wir doch viel viel mehr opening sehen noch viel viel mehr wenn man den code so müde schmecken 1234 einstrahlen haben wir ja schon mal eine kampfenergie haben wir spark new sparky ariados blanche keine ahnung meine aussprache wieder der hammer baulicht black man again wie die fasst der übrigens ein baum anknabbert da hinten ikat schuhe gehen ok ein weberhack pokestop reverse und die rare ist ein desportal ich weiß nicht ob wir noch einen hit erwarten können ich weiß ehrlich gesagt nicht so dann einmal den boot ok 1234 macht es wieder so ich gucke nicht hin und ihr sagt mir ob es ein hit ist oder nicht eine blitz energie ein blutekstow wunderbar den haben wir jetzt auch pupita sehr schön haben wir jetzt auch chanera haben wir schon sehr schön blackmon intifaz zum hundertsten mal ikat schuhe sehr gut weberrack alter das ist ja mal ein krass art jetzt kommt glaube ich die reverse ich mache die augen zu die reverse und die rare sehr schön den boot for you guys und jetzt 1234 nächstes pack wir haben hier eine metall energie bitte das ist oh ja sato das erinnert mich übrigens richtig an pokémon mystery dungeon da wieder an dem berg da stand candela wir haben culture candela luna stein karpano again luna stein haben wir glaube ich auch noch nicht wer schon mal wieder was fürs set gesammelt machen wir übrigens auf jeden fall eine serie auf youtube daraus evoli und pikachu das ganze pokémon go selbst vervollständigen möchten und die rare ist ein wieso rede ich eigentlich wieso sage ich dass ich mal metal nicht gut finde und nicht ziehen möchte karten pack opening asmr pokémon karten pack opening hier eins zwei drei vier ok wir haben eine feuer energie ein dieser knosp haben wir pokestop ein faser snob oder wie er auch mal heißt bidifass alola ratzfratz kamaub alola ratikal navitaub der warum ziehen wir nur vögel karpano reverse und last pack magic die rare ist ein zapdos jetzt haben wir wenigstens alle vögel ein zapdos und deswegen es ist das hier pokémon kristall aber alles random tut mir den gefallen wenn ihr zeit habt könnt euch das ganze video es ist wirklich ein sehr sehr schönes video ich habe da 20 über 20 stunden dran gesessen würde mich sehr sehr füllen ciao ciao